Wenn ich jetzt die Aufnahme anmache, was mache ich denn? Ich kann doch nur das Tablet nehmen und loslaufen und die Position wählen. Das musst du auf die Erhöhung alles erledigen. Ja, aber ich kann doch nur eine Aufnahme machen. Ich kann doch jetzt nur so aufnehmen. Jetzt stelle ich einen Würfel oben rauf, den anderen Würfel hol ich und nehme ich und stelle mich oben auf den Würfel rauf. Dann bin ich so hoch, dass ich den Ehenwürfel... Aber den heik doch dort keinen Würfel mehr. So, okay, das wäre der erste Würfel. So, und der zweite Würfel? Selbst wenn ich mich mit dem zweiten Würfel dann auf die Plattform stelle, bin ich noch nicht groß genug, um den zweiten Würfel denn da oben rauf zu legen. Die Höhe fehlt mir ja denn. Also mir fehlt wieder der zweite Würfel unter mir denn. Oder habe ich jetzt irgendwie einen Denkfehler? Ich habe doch nur zwei Würfel. Du hast Original zwei und als Kopie noch zwei, oder? Ja, aber die Kopiewürfel kann ich doch nicht tragen. Oh, die kann ich doch nicht greifen im wahren Leben. Hä, bin ich jetzt wieder zu dumm, oder? Verstehe ich nicht. Jetzt habe ich einen ... ... ... ... Das war's für heute. So, jetzt nehme ich mir das Tablet und stelle mich hier hin. So, jetzt lege ich den einen Würfel hier oben drauf. Ja. Gehe dann runter. Hole mir den Würfel. Gehe wieder hoch. Und springe mit dem Würfel in der Hand. Um auf den Würfel, der hier auf dem Tablet liegt. Ja. Das habe ich verstanden. Dann lege ich hier rüber und kann den Würfel, den ich jetzt in der Hand habe, ganz schön schmeidig oben hinschmeißen. Dann ist der erste Würfel weg. So. In der Zeit jetzt springe ich runter. Und springe ich runter und nehme den Würfel, den ihr hier oben drauf hatte, weg. Und sprinte. Und sprinte hier hoch. In der Zeit hat er den einen imaginären Würfel noch hier oben drauf zu liegen. Nee, hat er nicht. Nee, hat er nicht. Ist ja Blödsinn. Weil ich habe ja meinen richtigen Würfel oben drauf zu liegen. Ah, jetzt. Ich nehme meinen Würfel runter. Dann bin ich ja schon da oben. Jetzt nehme ich den. Jetzt nehme ich den. Leg den hier hin. Jetzt nehme ich wieder das Tablet. Gehe hierher. Springe mit dem Würfel in der Hand hier oben aufs Tablet drauf. Also hoffe ich, dass ich das jetzt erledigt habe. Drehe mich um. Gehe mit mir oben drauf hier hoch. Und schmeiße jetzt den richtigen Würfel oben rauf. Und habe beide Würfel oben. Gelle. Ich will jetzt erstmal nichts dazu sagen. Weil die Aufnahme ist ja jetzt komplett. Und ich spiele das jetzt so ab. Ich gucke wieder in den Chat, wenn wir das jetzt durchgezogen haben. Okay. Weil ich stehe schon wieder kurz davor, den Ablauf gerade zu vergessen. So. 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 Ich bin gerade ein bisschen nervös. Hä? Wieso ist denn der Würfel jetzt da weg? Äh! Scheiße! Ah! Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Nee, doch nicht. Doch nicht. Wartet, wartet, wartet. Alles gut. Ich war jetzt zu weit. Alles gut. Nee, noch keine Schäße. Noch ist keine Schäße. Oh. Oh. Alter Schwede. Egal erstmal noch hochgucken, ja. Wahnsinn, oder? Das war schon eine Hausnummer. Das war schon eine Hausnummer. So, im Endeffekt, was haben wir jetzt noch? Wir haben, im Endeffekt gibt es hier bloß noch ein Rätsel auf diesem Ding. Und das ist das hier. Und wir haben, überleg mal, was wir hier haben. Wir haben eine Aufnahme, wir haben einen Würfel, wir haben Diamanten und wir haben die Trauer-Plattform. Also, Wahnsinn. So, Schluck trinken. Weiß nie. Ich wollte jetzt eigentlich gerade mein Kabel aufdrollern hier, aber ich denke mal, das kriegen wir noch überlebbar. So. 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 Hatten wir den Stern jetzt in dem Level gefunden? War hier ein Stern? Ach, den Stern haben wir auch noch nicht gefunden, um Gottes Willen. Na gut, dann ist das so. So, also kann ich besser werden, wa? Ein Graben und ein Zaun. Ich bin auch gleich ein Graben und ein Zaun. Klatsch gleich. So, was haben wir denn hier? Hä? Erstmal haben wir eine doppelte Tür. Wir haben eine doppelte Tür. Und so wie es aussieht, müssen wir hier eh mal rumkommen. Also der Ausgang ist hier nicht umsonst da, wa? Hoch kommen wir nicht, aber wir kommen runter und können hier nochmal durchgehen. Okay, die Position kann nur für irgendwas sein, um irgendwas hochzuheben. Oh, die Sonne, das nervt, wa? Da haben wir unsere... Das ist jetzt echt krass, das Ding, wa? Wir haben hier... Soll das echt ausreichen, dass der... Dass der... Dass meine Figur... Das Ding hochhält. Der Würfel oben... Ich den Würfel oben rauf packe. Und dann... Das Ding noch oben rauf stelle. Ah, die Frage ist jetzt, wozu ist der doppelte Weg? Wozu ist der doppelte Weg, bitte? Das ist doch nicht dafür da, um hier durchzukommen, wenn ich das erledigt habe, oder? Versucht macht klug. Ja, versucht macht aber auch Verzweiflung. Das heißt also, ich mache jetzt die Aufnahme, indem ich das Tablet nehme und mich hier hinstelle. Und dann dort den Würfel rauf packe. Und das Gerät rauf packe. Der näht ja damit hoch. Und stellt sich hier hin. Und hält das so. Das reicht definitiv nicht aus. Glaube ich nicht. Das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Und jetzt stellt der sich hier hin. So, jetzt packe ich den Würfel rauf. Markiere mit dem Rät die Position. Und... Die Position hinter mir. Und stellt das Ding ebenfalls hier oben rauf. Jetzt zieht der raus. Und stellt sich hier hin. Und ist der Meinung, dass... Dass die Höhe reicht. Dass jetzt die Tür offen ist. Und ich da einfach rin marschiere und das Ding da hole. Das glaube ich nicht. Das ist zu simpel. Wer redet. Auf keinen Fall. Es fehlt genau eine Würfelhöhe. Und selbst wenn ich die Arme jetzt ausstrecken würde. Als Figur. Macht er das ja nicht. Ja. Äh. Wozu? Ach, warte mal. Nee. Ich komme ja nicht mit dem Würfel hier durch. Ich komme mit dem Würfel hier nicht durch. Wozu ist diese... Wozu ist diese Erhöhung da? Wozu ist dieser zweite Weg hier? Der schnallt nicht. Äh... Das Spiel ist aber auch ein bisschen gemein. Gibt eine einfache Möglichkeit, den Leser höher zu machen. Ja, ist das mal nie mal. Gibt es eine Sekunde mit der Tür, wenn der Leser unterbricht? Nee. Nee. Ist sofort aus, Johnny. Ist sofort aus. Wenn ich das jetzt so mache. Wenn ich das jetzt so mache. Wenn ich das jetzt so mache. Also jetzt gibt der... Wir haben ja bloß die Möglichkeit, dass ich... Wenn ich jetzt nochmal den Ablauf so mache. Also mich nochmal mit dem Tablett hier hinstelle. Das alles drauf packe. Und der Würfel hier... Der bleibt ja hier imaginär stehen. Ja, also wenn ich jetzt... Pass auf. Ich mache mal die Aufnahme. Und springe hier in der Aufnahme... Springe ich auf den Würfel hoch. Der bleibt ja die ganze Zeit da. Wartet mal. So. So, jetzt habe ich das Tablett. Der Würfel ist da. Jetzt sehe ich hier runter. Und lasse den... Jetzt packe ich den Würfel oben rauf. Also meinen richtigen Würfel. Der imaginäre Würfel bleibt weiterhin dort stehen. Ja. Der bleibt da stehen. So, ich packe den Würfel rauf. Hole mir diese drei Beine. Aktiviere wieder... Den Sender. Und den Empfänger. Und stelle den Quark hier oben rauf. Jetzt drehe ich mich oben hier hier hoch. Der imaginäre Würfel ist immer noch da. Und ich stelle mich so hin. Jetzt habe ich ja... Jetzt habe ich die Höhe. So, jetzt lädt die Tür auf. Und ich bleibe hier noch eine Weile stehen. 10 Sekunden wegen meiner oder so. Oder 20. Das ist ja jetzt nicht weiter wild. So. So, jetzt sehe ich hier wieder runter. So. So, der imaginäre Würfel bleibt stehen. Da ist der Würfel. Hä? Bist du behämmert? Ach, jetzt. Hä? Ah, das ist halt... Du musst das genau treffen. So. Jetzt bin ich echt spannend. Krass, oder? Krass, oder? Der Hut vor der Versuchung. Wie komme ich denn jetzt hier ran? Der Ventilator ist klar. Der schiebt mich wieder zurück. Äh, wie komme ich denn jetzt hier ran? Ich komme doch mit dem Würfel hier ja nicht durch. Raus komme ich jetzt ohne mehr. Deswegen ist dieser Weg da. Du könntest ja den imaginären Gemma nutzen. Da, das stimmt. Äh, wie komme ich denn jetzt? Hä? Hä? Wie komme ich denn an den Stern ran? Wie komme ich denn jetzt an den Stern ran? Da ist die Frage, wie energisch du den Stern haben willst. Na ja, energisch ist jetzt echt die Frage. Eigentlich tun mir die Knie weh, muss ich ehrlich sagen. Aber der Stern, du kommst doch an den Stern nur ran, indem du dort über den Zaun rüber springst. Also da über den Zaun rüber springst. Aber dort kannst du doch nur rüber springen, wenn du einen Würfel mit drin hast. Aber du kannst ja nichts mit drin nehmen wegen dieser Tür. Du kannst dort nichts mit drin nehmen. Und du kannst nichts mit rausnehmen. Also wie kommst du? Und du kannst du wieder해? Und du kannst du tun. Äh. Untertitelung. BR 2018 Nutz den imaginären Gemmer und nimm den originalen Gemmer mit rüber. Aber du kannst doch nichts mit rübernehmen durch die lilane Wand. Die blockiert doch alles. Und du hast doch drinnen, habe ich jetzt irgendwie was übersehen, aber du hast doch drinnen gar keine... Wenn, dann muss ich den Würfel mit rübernehmen. Wenn, dann muss ich den Würfel mit rübernehmen. Das heißt auf jeden Fall aber, ich muss nochmal die Aufnahme machen. Stimmt's? Das heißt auf jeden Fall, ich muss mich wiederholen. Ach so Ach, kann ich hier hoch? Ah, ich kann da hoch Ich kann ja hier hoch auf die Mauer und dann kann ich hier runterspringen Meinst du so? Also dass ich Ich mache jetzt die Aufnahme Ah, ich mache die Aufnahme nochmal so Dann renne ich hier durch Also ich nehme Den imaginären Würfel? Ich habe ja denn zwei Würfel Nee, ich kann jetzt den Würfel nehmen Und kann den hier reinlegen Dann renne ich schnell rum Spring auf den Würfel Spring auf die Mauer Du hast doch Fenster Hat er echt Fenster? Aber durch die Fenster komme ich doch nicht durch Ich bring mich mal so rum Dann blendet uns die Sonne nicht so Aber mit dem Jammer Ja, aber was soll ich denn mit dem Jammer da im Fenster? Da ist doch Janisch Janisch blau Wenn sonst Da ist doch nirgendwo was blau Womit ich Äh Ein Tor aufmachen kann Das verstehe ich jetzt nicht Wo hast du was blau Gesehen, wo ich den Jammer da brauche? Nee, nee Du, nur mit der Kiste da, denke ich Weißt du? So, jetzt stehe ich hier Jetzt ist die Tür offen Ja, jetzt ist die Tür offen Jetzt müsste, brauche ich aber einen Würfel Ich brauche jetzt irgendeinen Würfel Nicht mehr lange, namenloser Nicht mehr lange Ist eben, genau Allerspätestens um 10 Allerspätestens um 10 So Ich gehe jetzt davon aus Dass das reichen müsste So Wo ist er? Hier ist er So Aber ich habe ja ja Kind Nee, ist ja Blödsinn Was ich jetzt mache Oh Ich habe ja kein Würfel mehr Ich habe ja kein Würfel Nee Nee, da komme ich ja auch nicht rüber Hä? Hier ist doch überhaupt nichts Hä? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht Das verstehe ich nicht Weil die Konstellation Ich gehe jetzt hier wieder durch Bringt mir ja sowieso nicht mehr Ist auch durch denn Die Konstellation Brauche ich doch Damit der Überhaupt erst mal Hä? An ist Schön erst mal hier auf 10 Spitzen gestellt Damit ich hier Durchs Fenster lukern kann Oh Mann Ist das schlimm Wo bin ich denn überhaupt? Hier bin ich Also den verstehe ich jetzt noch weniger Als wenn Äh Dingens Kannst vielleicht aufnehmen Wie du den Würfel vor der Tür ablegst Und den schnell nehmen Bevor das wieder zugeht Äh Bringt mir auch nisch Also selbst wenn Das wort Bringt mir das ja auch nisch Weil die kommen ja denn nicht rin Wenn die zu ist Dann ist zu Meinst du Ich kann durchs Fenster springen? Heißt also Den bräuchte ich ja theoretisch nur so machen Ich müsste jetzt ruf springen Auf die Plattform Also letzter Versuch Den machen wir Den machen wir sowieso Schicht im Schacht Ja Meine Augen sind durch Mein Kopf ist durch Ihr seid durch So Wenn ich mich jetzt hier hinstelle Und selbst wenn ich es so machen würde Ja Jetzt sehe ich zwar aus Als wenn ich ein Ei lege Ja Aber Ich komme doch da Definitiv nicht durch Glaub ich nicht Ich denke immer zu kompliziert Das wisst ihr doch Das wisst ihr doch Man kommt von hinten ran Jawohl Nee Nee Komme ich nicht durch Es fehlt hier irgendwie wahr Hier hinten rum Irgendwie musst du hier hinten rum gehen Irgendwie musst du hinten rum kommen Aber die Frage ist halt wie Aber du kommst ja hier auch nicht drüber Als wenn man hier Rüber springen müsste Weißt du Aber du kommst ja hier nirgendwo raus Du kommst ja hier nicht mit raus Mit dem Würfel Das Einzige Was hier durchgehen würde Sind die Lichtstrahlen Gelle Du kommst ja hier rüber Heiliges Schwert Na endlich's Wort Leute ich bin durch So wir haben Level 2 Ich werde Bitcoin Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal